Hallo, es gibt viel zu tun. Wir gehen heute auf Thun. Im Hintergrund sehen wir gerade den berühmten Lungerer See. Auch bekannt vom bekannten Lied von Spahn, der Lungerer See. Ist jetzt auf dem Weg auf Thun. Vielleicht wolltest du auch noch etwas dazu sagen? Spahn finde ich super. Thun Expo. Wir haben es gefunden, das erste Mal. Alte Reithalle. Gehen wir mal schauen. Was machst du gerade? Ich stelle das Mikrofon ein. Es ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen blöd. Das ist blöd. Wir sind jetzt in der Alte Reithalle in Thun. Bei der Expo. Haben wir hier eingerichtet? Ja, wir haben hier eingerichtet. Blick auf Tour. Wir schauen mal kurz in die Runde. Ja, so sieht es aus. Das ist das Bühnenbild. Das ist noch nicht komplett, aber wir gehen uns mit. Philipp, noch einen kleinen Blick auf Tour. Wie spät ist es eigentlich? Es ist etwa drei. Und wir sind noch an den letzten Vorbereitungen. Philipp, kannst du vielleicht noch kurz kommentieren, was da passiert? Ja, wir haben jetzt neue Bühnenhelfer dabei. Und im Vertrag haben wir jetzt ganz klar, dass unsere Dekoration beleuchtet sein muss. Darum haben wir hier einen Lernenden von Ruag. Der managt das. Und der ist von jetzt an mit uns auf Tournee. Das ist ein kleines Ort von dir vielleicht. Danke. So sieht es aus. Wenn es dann leuchtet, dann alles tiptop beleuchtet. Kleine Schwenk. Durch den Saal. So. So. Voilà. Bin ich drauf? Ist gut. Ich habe noch eine Witz. Top aktuell. Treffen sich drei Geschäftsführer von verschiedenen Bierbrauereien. Der Chef von der Galanda-Breu, der Chef von der Eichhof und der Chef vom Rugenbräu. Sie gehen zusammen eins zu trinken. Der Chef vom Galanda-Breu bestellt natürlich ein Galanda. Der Chef vom Eichhof nimmt das Eichhof. Und der Chef vom Rugenbräu bestellt ein Gocci. Da sagen die zwei anderen, wieso nimmst du jetzt ein Gocci? Da sagt der Chef vom Rugenbräu, wenn ihr zwei kein Bier trinkt, dann nehme ich auch kein Bier. Bei Ruag in Thun schafft man viel mit Abkürzungen. Da sitzt jetzt zum Beispiel heute Abend Lipt. Ähm, da hinten ganz klar die Abteilung. Es geht jetzt hier noch weiter. Hier haben wir einen speziellen Tisch. Oh, jetzt bist du im Gegenlicht. Hast du das noch kurz abkürzig? Ja, das ist jetzt abkürzig Chomiker Duo Twin Lake Lens System. Chomiker XYZ. Das steht einfach, wie es einfach viel besser aussieht. Genau. Direkt neben den Lernen bekommen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. When you said you didn't want to I felt everything was gonna be alright I didn't mean to be so polite Erste Block ist durch, nach der Zeit auch schon gegeben Es geht jetzt weiter mit dem Fritz Hola! Er ist schon ganz nervös, unser Fritz Philipp, vielleicht noch kurz ein Fazit zum heutigen Abend Begeistert eigentlich Ich sehe dich gar nicht so gut Ich bin auch der, der arbeitet Ich muss ja filmen Einer muss ja filmen Fazit, bitte Fazit gut Fazit ist eigentlich soweit gut Der einzige Nachteil an dem heutigen Abend ist Was vielleicht das erste Vorteil ist Es ist jetzt viertel bis acht Wir sind fertig mit zwei Blöcken Zerauf, drei Touren Der Nachteil ist Wir sind Thun Und wie alle wissen Thun geht nach einzig Genau Ja, also Jawohl Wir sind auf dem Heiweg von Thun Genau Da fahren wir die Solotour vorbei Haben wir eigentlich die Solotour in die Go Wild West Ranch Weil wir noch durchgekommen haben auf dem Heiweg Vielleicht gibt es noch eins Wer weiss Da wären wir jetzt Mehr als das halbe und ganze Rösser hat es hier nicht Ja Der Grund ist, weil wir haben hier den Silvestre aufgetreten Silvestre am 31. Dezember In Solotourn In Wolfwil In der Go Wild West Ranch Aber das ist das einzige von der Weil das Bisschen zu mir abgenommen Also Genau Ja Und wir zwei haben euch einfach noch sagen Wir freuen uns auf den Silvestre Und wir hätten uns auch gefreut, wenn wir da hätten Können eins trinken können Aber Ja Aber wir sind hier Ja Es ist jetzt viertel ab zehn Ja Erst Erst Wir sind zuhause Wir sind schon zu tun gewesen Wir sind jetzt hier zuhause Also der eine von beiden ist zuhause Der andere fährt jetzt auch noch nach Hause Auf einsiedeln Und somit war es wieder eine erfolgreiche Freitag Ciao Ciao Ja